Er ist 27 Jahre alt und hat 63,4 Kilo mit einer Höhe von 1,78 Meter. Er kämpft als Professioneller seit 1999 und hat einen Rekord von 10 Wunnen, 6 Losser und 2 Räume. 3 von seinen Wunnen kamen wegen des Knockouts. Er ist heute Abend mit seinem Trainer Richard Silaghi. Das sind natürlich alles Angaben, die vom Boxer selber kommen. Wir haben uns da an die offiziellen Kampfrekorde gehalten, die vielleicht unvorstellbar sind, aber auf jeden Fall das, was wir sagen, stimmt. Keine Kolonie mehr, Sandra. Keine Kolonie mehr, keine Kolonie mehr, Sandra. Kone Mittermeier aus Hamburg, Deutschland. Und als Mitglied seiner Team Christoph Busch. Willy Blaine! The referee in one of the judges scoring this contest is a Tag coming up and up and lines it will go in a way. Er ist die Stadt Reunion. Er ist Kony Mittermeier und Christoph Busch. Hier ist Willy Blaine. Der Räfere in einer der Juden, die in diesem Konferenz ist Jürgen Langos aus Bad Zoden in Deutschland. Die zwei anderen Juden sind Joachim Jakobsen aus Deutschland und Jan Platschek aus der Czech Republik. Der Räfere in einer der Juden ist Jürgen Langos aus Deutschland, Joachim Jakobsen aus Deutschland und Jan Platschek aus der Czech Republik. Ich will eine clean und fair fight. Ich höre auf alle Zeit an meine Kommande. Shake hands, ein guter Lager. Eine 6 Sekunde. Ja, sie haben es nicht gekommen. Jürgen Langos aus dem schönen Bad Zoden dabei. Noch ein deutscher, noch ein tschechischer. Punktrichter. Willy Blaine, ein ausgezeichneter Techniker, ein sehr schnellerer Mann. Sehen Rechtsausleger, aber... Pietialucci scheint aus Wühlen aus zu sein. Damit könnte Willy schlecht aussehen, wenn sie ihm gelänge. Gelenke... ...gleichen an den Saalen züchtern oder zu ist der wohl zu schnell. Hat hervorragende Reflexe. Und natürlich auch schnelle Beine, wenn es sein muss. Naue Lend. Schnellen! 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 Das Niederseilung! Schnellen! 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 Willi Blain sich nicht drauf einlassen, dieses Kopf am Kopf stehen, diese infartige Schicht. Das muss er unterlassen. das ganze seine stärke erst der techniker was will er da haben dass die reichweiten vorteile das ist was wir die bläden hervorragend kann die kunst der selbstverteidigung beherrschte ganz gerne demonstriert sie macht sie inzwischen hervorragend auch die deckung von bläden das waren eigentlich auch keine zähler der runde geht klar die oft genug geschafft zu stellen sein stil aufzuzwingen Von den Mittwochvertritten Michael Thim. Tim, Trainer von Willy Benz. Richard Schilaghi, der Trainer von LaTierre Lucci. Das ist was Gutes, Boxen. Das sieht gut aus. Und es ist gut. Das ist ein schlechter Mann. Das ist auch schnell. Nicht ganz so schnell wie Blaine, aber schnell genug, dass man aufpassen muss. Ich dachte, das war ein Versuch wert. Aber es war auf der City, dass das nun mal nichts werden konnte. Nach vorne Reflexe von LaTierre. Starts der Blinks, Starts der Brechts. Gut gemacht. An Augenweide. 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 So wie beim K1 kein Klinschen. Untertitelung des ZDF, 2020